Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Wochenausblick. Ja, wir haben eine spannende Woche oder sind noch inmitten einer spannenden Krypto-Woche. Die Märkte haben extrem gepumpt. Sehen wir das möglicherweise auch bei den traditionellen Märkten. Welche News stehen diese Woche an? Gibt es einen Reversal beim DXY, den wir hier gerade sehen, der sich momentan jetzt hier ein bisschen eingependelt hat, unser Ziel aber noch nicht ganz erreicht hat? Das werden wir uns in den nächsten 10, 15 Minuten auf jeden Fall mal genauer anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Talk und Signalgruppe reinjoinen, wenn ihr keine Updates oder sonstiges mehr verpassen wollt. Gut und damit auch genug Eigenwerbung gemacht. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit Chartanalyse bzw. blicken mal ganz kurz auf die Märkte. Wie gesagt, wir sind hier beim DXY, also beim US-Dollar. Wir haben diese Woche wenig Veränderungen gesehen. Wir befinden uns weiterhin hier in diesem Bereich, wo wir darüber gesprochen haben, diese 101 in dieser Daily-Demand-Zone, die wir hier unten sehen und in dieser, ich sage jetzt mal, gelben Ineffizienz, die wir hier noch zu füllen haben. Da haben wir uns auf jeden Fall schon mal gut drinnen bewegt, eben in dieser Daily-Demand. Das heißt, wir haben hier erstmal ein bisschen Support gefunden. Der US-Dollar hat reagiert. Trotzdem kam noch nicht wirklich dieser Schwung und wir konsolidieren hier jetzt schon eine längere Zeit. Man sieht es ja auch im RSI, tut sich sehr, sehr wenig jetzt so, die letzten paar Wochen zumindest. Und auch im Chart, wie gesagt, tut sich wenig. Kriegen wir jetzt möglicherweise einen Reversal. Also wir haben eine ganz, ganz dünne Marktlage, was Montag bis Mittwoch anbelangt. Wir haben in Asien Neujahrs, kann man da Neujahrswoche oder sowas sagen, auf jeden Fall. Asia hat erst einmal zu. Deswegen brauchen wir da zumindest vorübergehend erstmal wenig Impulse erwarten. Das ist natürlich auch einerseits vielleicht gut für Krypto, vielleicht aber auch natürlich auch für die US-Stocks. Wie gesagt, da unten dieser Support, der ist meines Erachtens nach extrem wichtig. Sollten wir hier Impulse raussehen, kann ich mir sehr, sehr gut zumindest eine Erholung hier bis zu diesen 104 circa vorstellen. Hier haben wir zumindest die nächste Ineffizienz. Die machen wir jetzt gleich nochmal hier sichtbar. Also diese blaue Linie haben wir auch hier einigermaßen dargestellt mit so einem kleinen W-Pattern. Dann habe ich ja schon angekündigt, Montag bis Mittwoch sehr, sehr wenig, was jetzt mal so News anbelangt. Wir fangen dann am Donnerstag nochmal genauer an mit den USA-Folgeanträgen und natürlich auch den Erstanträgen, die sich momentan ziemlich einpendeln. Und das obwohl Amazon, Microsoft, Google hat jetzt auch wieder Leute entlassen. Dort einen Haufen, sage ich jetzt einfach mal, Leute entlassen, aber es spiegelt sich noch nicht so wirklich in dem Marktumfeld ab. Andererseits ist das genau das, was die FED ja eben sehen will. Tech-Firmen werden ihre Leute entlassen, das will FED sehen, warum auch immer. Einfach damit zu sehen, okay, so langsam müssen wir dann vielleicht doch die Zinsen ein bisschen runtersetzen oder einfach nicht mehr so erhöhen, weil es dann dem Markt doch nicht mehr so gut geht. Aber momentan passt das alles noch in FED ihre Szenarien. Dann haben wir auch noch die PCE-Kernrate, also im Preisindex, wo wir eine Prognose von 4% haben. Vorher waren es 4,7%. Um das nochmal kurz zu erläutern, die Kernrate der privaten Konsumausgaben beschreibt die Änderung der Waren- und Dienstleistungspreise, die US-Konsumenten im Berichtszeitraum erworben haben. Die Kernrate schließt die Preise für Lebensmittel und Energie aus. Also auch vor allem Energie, weil es ja ein wichtiger Preistreiber ist. Änderungen im PCE zeigen an, ob eine zunehmende Inflationsgefahr besteht oder ob die Preise eher abwärts tendieren. Und da müssen wir jetzt mal gucken. 4% halte ich sogar für möglich. Wir haben ja schon immer mal so ein bisschen auf den Ölpreis und sowas geachtet. Ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Rate auf jeden Fall nochmal ein bisschen sinkt. Wäre dann natürlich auch bullisch für die Märkte. Und da blicken wir jetzt auch gleich mal auf den S&P 500, wo wir ja auch die Woche schön eigentlich unser Preisziel, kann man schon sagen, erreicht haben. Wir sind ja einerseits hier am Golden Pocket rejected worden. Dann haben wir ja darüber gesprochen, okay, hier dieses CME Gap sollte meines Erachtens noch gefüllt werden, nachdem wir hier von dieser Trendlinie wieder zurückgewiesen wurden. Wurde gefüllt. Daraufhin haben wir ja nochmal so ein kleines CME Gap nach oben hingefüllt. Und jetzt sind wir im Endeffekt genau hier, wo wir geschlossen haben, genau am Golden Pocket. Also die Reise hat schon mal ganz gut gepasst, deswegen machen wir das erstmal weg. Hier wird es jetzt natürlich dann nächste Woche wichtig. Die Umsätze, wie gesagt, sollten gering sein von Montag bis Mittwoch. Asia hat zu wegen Neujahr. Und das könnte natürlich auch die Impulse dann geben für den S&P 500, dass wir hier wirklich aus diesem Kanal endlich mal ausbrechen und zumindest uns hier in dem Bereich der 4100 Punkte begeben. Es wäre das gute Zeichen, sage ich auch mal, für den Kryptomarkt. Da kommen wir dann später nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Weil sollte der S&P 500 hier aus seinem Downtrend auch endlich mal ausbrechen, könnte es für den Kryptomarkt nochmal deutlich mehr Aufschwung geben. Und wie gesagt, da kommen wir dann gegen Ende nochmal dazu. Dann Dow Jones, gleiches Bild. Wir sind hier immer noch an unserem Golden Pocket. Da hat sich wenig getan. Da haben wir auch drüber gesprochen. Wir sind hier an dieser Ineffizienz, beziehungsweise an diesem Ding zurückgewiesen worden. Also es ist sogar nochmal drunter gefallen. Wir haben hier wenig Impulse gesehen. Und wenn wir uns das so ein bisschen vergleichen, S&P 500 mit einer dicken, fetten grünen Candle. Dow Jones ist eher so in einer kleinen Sideways-Range zwischen 34.700 Punkten und ich mache mal grob 32.800 Punkten. Da bewegen wir uns momentan. Haben aber auch nochmal zu Freitag hin noch einen schönen Impuls bekommen. Die gelbe Linie lassen wir jetzt sogar mal. Schieben sie nur minimal höher. Und zwar in den Bereich der 33.800 Punkte. Warum da? Einerseits Ineffizienz. Wir ziehen uns mal das Mini-Golden Pocket von dieser ganzen Bewegung jetzt hier. Und da seht ihr auch, okay, der Punkt wird es meines Erachtens nach dann wieder entscheiden. Wir sind also im Dow Jones einerseits im übergeordneten riesigen Golden Pocket von dieser kompletten Abwärtsbewegung. Wir sind aber jetzt auch in dieser Woche an einem wichtigen Punkt. Ineffizienz 33.800 Punkte. Und wir haben auch hier das kleine Golden Pocket von der Bewegung von dieser Woche. Also hier wird sich dann diese Woche auch entscheiden. Bullish in die Woche mit positiven PCA-Kernraten. Könnte dann auch hier die Märkte dazu beeinflussen, dass wir hier wirklich auch endlich einen Breakout kriegen. Und dann wirklich hier nochmal die 34.900 bis sogar 35.000 Punkte Marke ins Visier nehmen. Da wurden wir das letzte Mal rejected. Das heißt da oben liegt noch viel Liquidität. Das wäre so der Move, den ich mir gut vorstellen könnte von Montag, Mittwoch, vielleicht sogar Donnerstag. Sollten die Daten dann positiv sein, könnte das hier auch für Aufschwung sorgen. Sollten die Daten natürlich negativer sein, haben wir ja schon US-Dollar zu Beginn angeguckt, würde das natürlich dem US-Dollar deutlich Auftrieb geben und würde uns dann eher in diesen 104-Punkte-Bereich auf jeden Fall reinbringen. Und beim Dow Jones würde das bedeuten, für den Donnerstag hin, wenn wir hier an diesen Widerstand rankommen, wieder Korrektur und dann vielleicht sogar die, ich sage jetzt mal 32.300 Punkte Marke wäre dann ins Visier genommen. Aber wir müssen hier auf jeden Fall die Daten abwarten. Denn was auch noch dazu steht, oder was auf dem Plan steht, ist das Bruttoinlandsprodukt. Wir haben eine Prognose von 2,6 Prozent. Das heißt das Bruttoinlandsprodukt würde sogar sinken, was ja eigentlich nicht gut für die Märkte ist. Wir hatten vorherig 3,2, was deutlich die Erwartungen, sage ich mal, übertroffen hat und jetzt sogar nur noch 2,6. Also das heißt das Bruttoinlandsprodukt sinkt nicht gut für die Märkte. Sollte es dramatischer sinken, würde das bedeuten, dass die Märkte sogar auch noch ein bisschen korrigieren. Das heißt wir haben am Donnerstag einen sehr, sehr wichtigen Tag. Wir haben einerseits die PCA-Kernrate. Sollte die besser ausfallen und das Bruttoinlandsprodukt dafür schlechter, hebt sich das circa ein bisschen auf, weil Rezession und sowas ist sowieso schon in die Märkte eingepriesen. Sollten beide Daten schlechter sein, rechne ich hier auf jeden Fall, wie wir jetzt gerade eben beim Dow Jones darüber gesprochen haben, auf jeden Fall hier mit dieser 32.000 Punkte Marke, beziehungsweise 32.200, wo wir diese Demandzone haben und nochmal diesen Retest von unserem übergeordneten Falling Broadening Vedge. Auch wenn wir den hier schon getestet haben, wäre es möglich, dass wir hier auf jeden Fall nochmal runterkriegen und dann so eine Art, ich sage jetzt mal Bullfleck oder sonstiges hier auf jeden Fall bilden, könnten. Dann ein Blick auf den Nasdaq, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, dass da dort ein Haufen Leute entlassen werden, was aber wie gesagt von der FED und sowas eingepreist ist. Auch da haben wir unser Ziel grob erreicht. Wir sind ins Golden Pocket gekommen, minimal drüber geschossen. Wir haben es leider nicht an diese Trendlinie geschafft. Trotzdem Gegenreaktion vom Golden Pocket, wo wir drüber gesprochen haben, kam. Daraufhin Gap nach oben hin gemacht. Auch der Freitag hier extrem Bullish und auch hier ins Golden Pocket reingeschlossen. Auch hier haben wir jetzt erstmal noch ein bisschen Aufwärtspotenzial, sage ich jetzt mal. Zumindest hier in die Region 11.800 Punkte Marke. Warum? Einerseits Downtrend Linie, die hier liegt. Sollten wir hier ausbrechen, wird es auch hier meines Erachtens nach auf den Donnerstag ankommen. Donnerstag sind einfach die wichtigsten Daten. Sollten die, wie gesagt, positiv ausfallen, rechne ich hier mit einem schönen Breakout beim Nasdaq auch, so wie beim Dow Jones und beim S&P 500. Sollten die negativ ausfallen und wir sind hier an der Linie, wird es wahrscheinlich eine erneute Rejection geben. Und wir könnten hier möglicherweise nochmal dieses Gap bei 11.000 Punkten auf jeden Fall nochmal füllen. Also es wird die Woche wirklich auf den Donnerstag ankommen. Montag bis Mittwoch könnte relativ Seitwärtsphase drohen, beziehungsweise steigende Kurse aufgrund der Impulse, die wir jetzt am Freitag noch bekommen haben und auch der positive Kryptomarkt. Und ansonsten müssen wir, wie gesagt, den Donnerstag abwarten. Freitag ist dann noch die PCA-Kernrate für das Jahr dran. Dort hatten wir vorher 4,7, Prognose 4,4. Also auch hier lohnt sich der Blick dann auch nochmal drauf zu werfen. Aber das sollte nicht diesen Impact haben, den wir jetzt eben hier am Donnerstag erwarten. Heißt nochmal kurz zusammengefasst, Montag, Mittwoch, ruhige Phase. Donnerstag wird es dann drauf ankommen, 14.30 Uhr, wie sind die Zahlen, positiv oder negativ für uns. Und da sollten wir dann Blick drauf werfen. Und nachdem Gold beim letzten Mal so gut ankam, habe ich mir gedacht, okay, wir werfen auch nochmal einen Blick auf den Gold-Chart. Auch hier wenig Veränderung, Gold einfach weiter, Gold weiterhin absolut im Bull-Mode. Der Trend reißt einfach hier momentan nicht ab. Egal wie bearish oder wie hoch der RSI ist, wir sind bei Gold einfach weiterhin bullish. Natürlich hat da noch so ein bisschen die News beflügelt, nachdem wir World Economic Forum hatten, also WEF im Davos, dass Russland, Irak oder Iran war es an einer Gold-gedeckten Währung irgendwie schon wieder arbeiten. Hat natürlich noch Impulse gegeben. Deswegen für mich Short bei Gold einfach noch nicht absehbar. Würde ich die Finger davon lassen. Da lohnt sich eher hier oben der Blick die 1.974 bis sogar knapp an die 2.000 Dollar Marke. Hat in der Vergangenheit schon immer mal für hier Widerstände gesorgt. Hier in diesem Bereich, wir ziehen das nochmal minimal runter. So, in diesem Bereich, wir haben hier oben eine Ineffizienz bei den 1.974 US-Dollar. Und ja, das sind so die Möglichkeiten, wo ich dann für den Short sehe. Momentan ist das Risiko zu hoch. Wir haben zu viel Ineffizienz und wir haben hier einfach noch zu viel Pump-Potenzial. Die News für Gold sind einfach viel, viel zu stark. Also bitte Finger lassen von Short-Impulsen hier. Wir warten hier oben einfach mal die Reaktion bei den ungefähr, ich sage jetzt mal 1.970 bis knapp 2.000 US-Dollar pro Finanze einfach mal ab. Vorher lohnt sich einfach kein Short. Das Risiko zu hoch. Und dann werfen wir noch ganz zum Schluss einen Blick auf den Kryptomarkt, der diese Woche ja komplett am Rad gedreht ist. Wir haben jetzt von unserem vorläufigen Boden, ich gehe hier immer noch nicht von einem endgültigen Boden aus übrigens, sind wir jetzt in der Spitze 50% gepumpt. Jetzt momentan stehen wir hier bei 23.000 oder 22.700, also immer noch 47% im Plus. Trotzdem, weiterhin gilt hier vorsichtig. Klar, die Märkte, ich sage jetzt mal, die traditionellen Märkte könnten uns Impulse geben. Wir haben Luft bis 25.000 Punkte. Hier oben wird sich dann endgültig wahrscheinlich entscheiden, wie es weitergeht. Wir sind jetzt hier erstmal in dieser kleinen Daily-Demand-Zone. Ich zeichne jetzt hier ganz kurz mal ein. Da sind wir jetzt auch das erste Mal rejected worden, haben den ersten Gegenimpuls bekommen. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken. Für mich ist es wichtig, wenn wir hier vom nachhaltigen Breakout sprechen wollen, das habe ich heute früh im Video schon angesprochen, wir brauchen ein höheres Tief. Da bietet sich die Region 18, 19k an. Ganz genau kann man das jetzt momentan einfach noch nicht sagen, ob wir noch ein bisschen höher pumpen oder nicht. Das wäre die Region für das höhere Tief. Und danach auf jeden Fall Bereich 25k. Und wenn wir die 25k brechen, haben wir Luft. 27k wäre dann der nächste halt. Und dann hier oben die 30.000 US-Dollar Marke. Die 25k, warum so wichtig? Weil das für mich das höhere Hoch bedeuten würde. Brechen wir die 25k, mit einem Daily Close haben wir ein höheres Hoch, dann wäre die ganze Abwärtsstruktur komplett gebrochen. Und wir könnten hier bullisch auf jeden Fall durchstarten. Würde mir trotzdem wünschen, einfach noch ein höheres Tief, um einfach einen richtigen Abtrend reinzubekommen. Wir können jetzt extrem nach oben pumpen, das Ganze kann aber auch ganz schön wieder nach unten hingehen. Deswegen ist für einen intakten Abwärtstrend ein Impuls, höheres Tief, nächster Impuls, höheres Tief, dritter Impuls, höheres Tief. Das sind die Strukturen, die ich sehen möchte. Momentan könnte das alles aufgrund, da gibt es sowieso wieder so Binance und sowas ein bisschen fad, dass alle Bitcoin mit BUSD und sowas gekauft werden. Aber gut, das wird sich über die nächsten Tage zeigen. Wir sehen, das Volumen für diesen Abtrend ist auf jeden Fall gut. Klar, der heutige Tag ist noch nicht zu Ende, sag ich mal, da sind noch ein paar Stunden, könnte nochmal für steigendes Volumen sorgen. Aber momentan sieht es gut aus. Klar, wir sind noch in unserem Short 23,4 hier in dieser Daily Demandzone. Dort ist der Stop-Loss, wenn er ausgestöpft wird, dann ist es so. Wenn nicht, war es was oder sind wir nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Aber um das Ganze nochmal grob zusammenzufassen. Gold, kein Short, momentan möglich, zu bullish. DxY, mögliches Reversal Richtung Donnerstag, auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Und Montag bis Mittwoch erst einmal noch ein bisschen bullischer, was die traditionellen Märkte anbelangt. Gut, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Wir hoffen, Montag bis Mittwoch bullisch, Donnerstag schauen wir auf die Zahlen, wie die ausgehen. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Lasst dem Video gerne einen Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinkommt. Wenn ihr Bock oder irgendwelche Fragen habt oder sonstiges, dann kommt da gerne rein. Einen Link wie immer unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise in den Kommentaren. Gut, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.